Hi, ich bin Nadja. Gut. Ciao, Nadja. Das ist dein erstes Mal hier in Montreux? Nein, ich bin das vierte Mal hier dabei. Gut, und gefällt dir? Ja, immer wieder schön. Ich war auch froh, dass Giovanni mich diesmal wieder mitgenommen hat. Schön. Und was ist das Gefühl für heute Abend? Wir spielen ja gegen Italien und Deutschland-Italien ist immer ein tolles Gefühl. Wir haben gestern schon ganz gute Ansätze gezeigt. Wir versuchen es heute weiter. Wir sind noch ganz am Anfang. Also wir haben Spaß und versuchen unser Bestes zu geben. Schön. Und ja, und es ist so, es ist important für euch hier in Montreux zu spielen. So ist es das erste Turnier dieses Jahr oder wie läuft? Ja, also es ist natürlich jetzt nicht so wie eine EM oder so, aber es ist das erste Mal, dass man sich zeigen kann. Es sind immer viele Leute da und natürlich möchte man gut spielen. Sehr schön. Merci.